Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Das ist gut gezielt Heute Abend ist das Niveau sehr, sehr hoch Was für eine Parade! Also das nenne ich mal Reaktionsvermögen Monsterblock! Einer der Spieler geht aufs Spielfeld zurück Ja, gehalten Schmitt in einer großartigen Reaktion Wunderbar gemacht! Beide Mannschaften sind absolut auf Augenhöhe! Fantastisches Tor! So sieht der Spielstand aus! 5 zu 4 Wir verlieren den Bar! Sehr gutes Umschaltspielen! Super! Der ist drin! Schulze! Da gab es nichts zu halten! Was für ein sensationeller Wurf! Ganz klare Sache! Das gibt zu Recht die 7 Meter! Was für eine Parade! Also das nenne ich mal Reaktionsvermögen! Großartig! Starke Handburg! Den sieht der Torwart echt extrem spät! Super gemacht! Lausen! Eggert! Die Abwehr steht perfekt! Die fehlt mir sehr gut! Eggert! Aufpassen! 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 Wunderbar gemacht! Einer der Spieler geht aufs Spielfeld zurück! Eggert! Der Arm ist oben! Das dauert alles viel zu lange! Da muss jetzt was passieren! Und zwar schnell! Die müssen endlich mal aus dem Knick kommen! Die 2 Minuten Zeitstrafe ist gerechtfertigt! Absolut! Absolut! Super Position! Perfekter Wink! Oje! Das war sehr aggressiv! Uh, Härte gehört dazu! Ganz klar! Manchmal muss man auch schon mal zeigen, wo es lang geht! Das ist ein großartiges Spiel! Das ist ein großartiges Spiel! Das ist ein großartiges Spielfeld, was er heute Abend abgeliefert hat! Fantastisches Tor! So sieht der Spielstand aus! 11 zu 7! Er ist drin! Er ist drin! Applausen! Da gab es nichts zu halten! Was für ein sensationeller Wurf. Großartig. Eggert, einer der Spieler, geht aufs Spielfeld zurück. Der Torwart ist einfach fantastisch. Ja, fantastisch. Der Torwart ist einfach fantastisch. Ja, fantastisch. Oh, das war nicht gerade der beste Zeitpunkt, um es aus dem Rückraum zu versuchen. Den hätte er ja nochmal ablegen können. Oh, den habe ich schon dringesehen. Ja, ich auch. Das war wirklich knapp. Aufpassen. Aufpassen. Schultze. Fantastisch gehalten. Aufpassen. Einer der Spieler geht aufs Spielfeld zurück. Die Abwehr ist heute Abend sehr aggressiv. Aufpassen. 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 Nur Freiwurf? Das kommt mir eindeutig zu wenig vor. Ich bin mir da auch nicht so sicher. Schulze, Eggert bringt sich in Position. Klasse Abwehrarbeit, da kommt überhaupt nichts durch. Das ist der Spitz auf in die zweite Hälfte. Umwassen. Thest. Das ist der Scanobך. Oder wir sind zurückhaltend. Dassen.